Wo sind die? Ich bin aufgestiegen. Ich steige aus. Hier in dem Auto. Und da sind wir raus. Hoi. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Hauber. Da oben. Jawoll. Hier ist nur so ein Bunsenbrenner. Ja, Auto ist kaputt. Ach, schade. Nehmen wir noch einen von mit. Ohne. Bleiben Sie den Gegner. Da ist der Kackes. Fängst du eins? Also da ist ein Gegner irgendwo. Da. Da rechts, der da. Wow, wow! Alter! Wie weit bin ich geflogen? Habt ihr das gesehen? Ja! Ja! Junge! What the hell? Lebst du noch? Ja! Oh mein Gott! Das muss ich speichern. Das muss ich speichern.